so liebe schüler ihr habt jetzt heute mal pfeife zu hause gelassen also ich habe die gar nicht mitgenommen auf durchreise sondern nämlich diese nummer hier da kann man nämlich auch ein bisschen spaß haben so jetzt machen wir auch da habe ich mir gestern nämlich hier eine tafel besorgt für 100 euro da dachte ich das ist ein schnäppchen da kann ich euch nämlich unterrichte auch auf durchreise so wo sind wir stehen geblieben noch gar nicht angefangen haben wir im hintergrund hören wir die vögel zwitschern dann können wir auch nächstes mal eine interpretation starten warum und was die überhaupt sagen wollen so jetzt nehmen wir mal den dicke stift da können wir direkt aufschreiben weil jetzt haben wir auch die vögel so bitte hausaufgabe ist warum macht vögel kräusche